Ach, Dobi-Tunz! Kann ich Ihnen weiterhelfen, schöne Frau? Herzlich gerne! Äh, was darf es denn leckeres sein? Ich, so, ich weiß nicht, ähm, wenn ich so gucke, irgendwie, hm, so ne gemischte... Die gemischte Schweineguläsch? Ja, das ist gut. Und die Bratwürstchen. Na sowas. Pardon? Ist alles okay bei Ihnen? Natürlich! Was ist denn los mit dir, Alice? So wirkst du gestresst? Ach, ähm, das ist einfach Krieg, Europa, Gas, Integration, Asyl. Ah, nee, das gefällt mir nicht. Ja, mir auch nicht. Wir haben aber ein ganz anderes Problem. Hä, wieso? Was denn noch? Die Zuwanderung von Bratwürstchen innerhalb der AfD. Hä? Was denn für Bratwürstchen? Das also war eine ungeimpfte Weniger. Was? Was? Was ist ein Ellis science- wiein Sie? Das ist sehr wichtig.